Hochzeit auf den ersten Blick? Sag einmal, das müsste doch heißen, kauft die Katz im Sack. Wenn ihr euch nicht mindestens fünf Jahre lang kennt, bitte bleibt zwar weg von dem Traualtar. Altar, da hat man früher Menschen drauf geopfert. Deswegen wird heutzutage auch bei Hochzeiten immer noch gehupt. Hupen ist ein klassisches Warngeräusch. Das heißt, tut es nicht.